Hallo und Bonjour, wie der Franzose sagt. Wir sprechen heute auf vielfachen Wunsch von euch da draußen über Endurorennen. Wie die so ablaufen, was es da für Regeln gibt, worauf man sich einstellen muss, was Frenchlines sind und so weiter und so fort. Mein Ziel für heute erstens mir ein Abo von euch da draußen zu verdienen mit diesem Video und zweitens euch einfach so ein bisschen zu coachen, fit zu machen für euer erstes Rennen, an mancher Stelle euch die Angst zu nehmen und an anderer Stelle euch mit ein paar Tipps und Tricks auszustatten, sodass ihr bestmöglich abliefern könnt. Mein Vorschlag wäre, dass wir so ein Rennen einfach mal von Anfang bis Ende komplett durchgehen und ich spreche so ein bisschen darüber, worauf kommt es an. Ich gebe euch meine Erfahrungen ein bisschen weiter und falls es euch je zu viel werden sollte in einem Teil, dieses Video hat Kapitel und da könnt ihr wild umherspringen. Falls ihr zum Beispiel schon auf dem Rennen seid, dann ist Anmeldung und Anreise natürlich irrelevant. Damit fangen wir jetzt nämlich erst mal an. Zuallererst muss man sich natürlich ein passendes Rennen aussuchen und weil sich die Enduro-Rennen-Landschaft jedes Jahr ziemlich gewaltig ändert, werde ich jetzt davon absehen, hier irgendwie zu sagen, dieses Rennen ist super, wenn man das erste Mal zu einem fährt oder dieses ist nicht so gut. Deswegen würde ich vorschlagen, ihr schaut einfach, ob es jeweils eine Hobbyklasse gibt. Das wäre nämlich im Zweifelsfall die, bei der ihr euch anmeldet. Man unterscheidet zwischen Hobby und Lizenz. In der Lizenzklasse ist es so, da löst man über den Verein eine Renndizenz, dann ist man beim Deutschen Radsportverband registriert und kann unter Umständen auch bei einem guten Ergebnis Punkte für die Weltrangliste sammeln und dann irgendwann im Enduro-Weltcup starten. Das kann auch noch andere Vorteile haben, eine Lizenz zu besitzen. Ich zum Beispiel will nicht im Enduro-Weltcup starten, nicht mehr und habe trotzdem eine. Im Grunde genommen ist es einfach die Klasse für Leute, die so ein bisschen ambitionierter unterwegs sind. Wie auch immer, können wir mal noch ein eigenes Video drüber machen. So, Hobbyklasse wäre das eine Wichtige. Das andere Wichtige ist, in der Ausschreibung einmal zu schauen, wie lang ist das Rennen und wie viel muss man treten. Wenn ihr auf dem Rennen das erste Mal 1200 Höhenmeter oder sowas treten müsst, dann ist das relativ ungeschickt und bisweilen auch gefährlich. Das heißt, checken, kann ich die Distanz überhaupt schaffen und dann schaut man vielleicht auch mal bei YouTube rein, ob das ein Terrain ist, das einem irgendwie so ein kleines bisschen taugt. Ansonsten kann man sich meistens anmelden bis zum Mittwoch davor. Die Veranstalter lieben es aber natürlich, wenn ihr euch früh anmeldet, dann ist es für die so ein kleines bisschen leichter mit Essen und so weiter zu kalkulieren. Ansonsten, falls es ganz kurzfristig ist, gibt es aber meistens auch ein paar Nachstarterplätze. Da kann man sich dann für eine kleine Gebühr vor Ort einfach nochmal nachmelden. Unter Umständen werdet ihr da oder auch im Internet, wenn ihr euch regulär anmeldet, aber kurz überrascht sein, weil Enduro-Rennen können relativ teuer sein und das liegt daran, dass es einfach wahnsinnig kostspielig ist, die zu organisieren. Viele verschiedene Strecken, viele Wege, die gekreuzt werden müssen und gesperrt werden müssen und so weiter und so fort. Deswegen, lasst euch gesagt sein, mit Enduro-Rennen organisieren macht sich selten jemand die Taschen voll und das ist auch der Grund, warum sich so viel ändert immer in der Landschaft und Serien dazukommen und Serien wieder gehen. Deshalb seid nicht zu empört, wenn da ein Rennen mal über 150 Euro kostet. Meistens sind es dann drei Tage und es gibt noch Essen dazu und so weiter und so fort. Und falls ihr doch mal eines für 50 Euro findet, dann liegt es wahrscheinlich daran, dass da entweder viel Sponsorengelder da sind oder wirklich sehr, sehr viele Ehrenamtliche ihre Zeit und Liebe da reinstecken. Außerdem ist es natürlich wichtig, dass man das ganze Wochenende wirklich auch Zeit hat und sich auf das Rennen konzentrieren kann. Und es fängt damit an, dass bei manchen Rennen freitags abends schon der Prolog ist. Was das ist, erkläre ich auch gleich nochmal. Wenn man da noch arbeiten muss, ist es ungeschickt. Genauso ungeschickt ist es, wenn samstags Training ist und man selber zum Beispiel noch Pläne hat, den Rasen zu mähen. Ich komme nicht so richtig klar damit, wenn andere Leute schon am Trainieren sind und ich noch was anderes erledige, weil dann denke ich mir, ah, die verschaffen sich gerade einen Vorteil und ich kann nicht dabei sein. Das ist ein ungutes Gefühl für das erste Rennen. Deswegen sich da wirklich im Zweifelsfall Zeit nehmen. Bevor ihr dann aber losfahrt zu dem Rennen, gilt es natürlich erst mal, das Auto ordentlich zu bepacken. Glücklicherweise kann ich an der Stelle auf ein Video verweisen, das ich mal vor ein paar Monaten gemacht habe. Da ging es um eine riesige Packliste für ein Duro-Rennen. Die könnt ihr einfach einmal abarbeiten. Ich würde im Zweifelsfall auch den Wetterbericht einfach noch einmal checken, ob ich wirklich passend Regensachen dabei habe. Unter Umständen würde ich mir das Zelten auch nochmal überlegen, wenn es drei Tage durchregnet. Ist aber an der Stelle eine andere Geschichte. Worum es in dem Video, glaube ich, nicht ging, ist, dass das Rad in einem einwandfreien Zustand sein sollte. Auf eurem ersten Rennen wollt ihr auf gar keinen Fall euch Gedanken darüber machen müssen, ob eure Bremse anständig funktioniert oder ob die Schaltung die Gänge richtig reinhaut, wenn ihr da mit tausenden von Watt reintretet. Deswegen da auch wirklich sicherstellen, dass das Ganze passt. Wenn ihr dann am Eventgelände ankommt, dann muss man erst mal ein kleines bisschen differenzieren. Ist es ein Eintagesevent, ist es ein Mehrtagesevent? In dem Fall müsst ihr euch die Frage stellen, bin ich in der Unterkunft oder im Fahrerlager. Falls letzteres der Fall ist, würde ich da erstmal hinfahren. Wir werden einen sehr guten Platz suchen, im Zweifelsfall einen ruhigen Platz, der nicht abschüssig ist. Guter Schlaf ist wichtig. Da alles aufbauen und dann geht es zur Startnummern-Ausgabe. Da würde ich in jedem Fall als erstes hingehen, bevor ich ins Training fahre, weil ohne Startnummer wird einem manchmal der Zugang zu den Stages verwehrt. Und gerade wenn man irgendwie denkt, wir gehen direkt ins Training, weil wir so spät angekommen sind, dann ist es natürlich doppelt ärgerlich, wenn man dann überhaupt gar nicht trainieren kann. Die Startnummer wird im besten Fall einfach mit zwei Kabelbindern am Lenker befestigt und ich spreche da aus jahrelanger Erfahrung, wenn ich sage, dass eine ästhetische Startnummer schon mal ganz, ganz viel zu einem guten Rennwochenende beiträgt. Ich habe da unter Umständen auch immer mal Locher mit dabei gehabt. Gerade wenn die Kabelkonstruktion vorne so ein bisschen von der Norm abfällt, kann sowas wirklich helfen. Gibt es so auch moderne Startnummern-Boards, aber würde ich jetzt eher mal unter Schnickschnack oder Pro-Equipment abstempeln. Ansonsten werdet ihr einen Transponder kriegen, der ist dann am Renntag dafür verantwortlich, dass eure Zeiten auch genommen werden. Und auch da spreche ich jetzt nur wieder für mich. Mir gehen an einem Rennwochenende so viele Dinge durch den Kopf, Lines, Startzeiten und so weiter und so fort, dass ich an einem Sonntagmorgen gut und gerne auch mal den Transponder vergessen würde. Deswegen ziehe ich den immer direkt an, wenn ich ihn kriege. Unter der Dusche vielleicht mal aus, aber das Ding ist glaube ich eigentlich auch wasserdicht. Und das würde ich euch auch einfach so empfehlen. Direkt dran, dann müsst ihr euch keine Sorgen mehr machen. Bei einigen Rennen gibt es die Möglichkeit, einige oder alle der Stages vor dem tatsächlichen Rennen zu trainieren. Und gerade bei eurem ersten solltet ihr diese Möglichkeit auch wahrnehmen. Das macht die ganze Sache einfach so ein bisschen sicherer und ihr könnt selbstbewusster in den Renntag rein starten. Es gilt sich also einmal vertraut zu machen mit dem Streckenplan, welche Stages dürfen trainiert werden, welche dürfen nicht trainiert werden. Und auch wenn ihr an einer vorbeifahrt, die nicht trainiert werden darf, lauft da nicht rein, fahrt nicht rein. Das kann unter Umständen zu Disqualifikation führen. Ihr werdet wahrscheinlich nicht in der Lage sein, Stages doppelt zu trainieren. Ich würde zumindest nicht davon ausgehen, dass das möglich ist. Normalerweise fährt man jede Stage einmal und dann muss man sich natürlich überlegen, wie gehe ich das Ganze jetzt an? Und meine und generell eine beliebte Strategie ist, einfach so viel durchzufahren und so viel Rennen zu simulieren, wie es möglich ist. Ihr müsst da jetzt nicht mit 110 Prozent reinhacken, das sollte man auch später im Rennen nicht machen, aber mit 90 Prozent kann man da gut mal reinfahren. Und dann haltet ihr einfach nur an den Stellen an, an denen ihr irgendwas verbockt habt, an denen ihr eine gute Line gesehen habt, an denen, keine Ahnung, euch die Arme zugehen, weil das ist natürlich auch blöd, wenn ihr am Trainingstag schon so viel Energie verschießt, dass ihr am nächsten Tag nicht 100 Prozent geben könnt. Unter Umständen kann man aus dem Aspekt heraus auch mal eine Stage komplett weglassen, wenn ihr dafür nochmal 500 Meter hochpedalieren müsstet. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Punkt, um da nochmal drüber zu sprechen. Bei manchen Rennen ist es erlaubt, zu shutteln oder den Lift zu benutzen. Einige Leute werden sich dafür entscheiden, das zu tun, andere nicht. Meine Empfehlung, tut es. Wenn die Regeln es erlauben, wird es euch den Renntag sehr viel entspannter machen. Unter Umständen könnt ihr dann doch die Stage noch zweimal trainieren. Beim Trainieren würde ich mir eine GoPro auf dem Helm schnallen, insofern ihr eine habt. Dann könnt ihr euch am Abend die Stages nochmal anschauen. Alles merken, werdet ihr euch eh nicht können, aber man kann sich vielleicht so ein paar Sachen rausschreiben oder so zumindest ein paar Sachen nochmal ein bisschen genauer anschauen. Was für mich auch immer noch wichtig ist, nur weil an einer Stelle ganz, ganz viele Leute stehen, heißt es nicht, dass man auch da anhalten muss und dass man da auch fünf Minuten hinschauen muss. Wenn ihr einmal sauber durchgekommen seid, dann gibt es eigentlich keinen Grund, da nochmal hochzuschieben und irgendwelchen Leuten dabei zuzuschauen, wie sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Also lasst euch nicht verunsichern. Auch nicht von Leuten, die krassere Lines machen oder sowas. Es gibt keinen Grund beim Enduro-Racen, wenn die Stage Gesamtzeit bei über zehn Minuten, über einer halben Stunde ist, für ein, zwei Sekunden in irgendeiner Sektion einen Sturz zu riskieren. Am Ende entscheidet da wirklich der Grundspeed. Bei vielen Enduro-Rennen gibt es ein Prolog. Das ist ein Konzept, das sich seit Anbeginn des Enduro-Sports großer Beliebtheit erfreut. Normalerweise wird es nämlich so sein, dass die Startnummern nach irgendeiner Art von Gesamtwertung oder Weltrangliste oder was auch immer geordnet sind. Üblicherweise kriegt die schnellste Person der Gesamtwertung oder der Weltrangliste die Nummer 1. Jetzt gibt es aber natürlich Situationen, in denen, sage ich jetzt mal ganz selbstverliebt, jemand wie ich auf dem Rennen erscheint, der seit langer Zeit keine Rennen mehr gefahren ist, tendenziell aber trotzdem noch relativ schnell Fahrrad fährt. Und ich habe keine Punkte und ab einem gewissen Zeitraum werden die Startnummern dann einfach nur noch nach Alphabet oder irgendwie Zufall zugewiesen. Das heißt, ich könnte vor oder hinter dir starten. Und am Renntag ist es natürlich ein bisschen ärgerlich, weil unter Umständen rollt man da aufeinander auf, muss überholen und so weiter und so fort. Alles so ein kleines bisschen nervig. Und da hat man eben den Prolog erfunden. Das ist eine kurze Strecke, die man vor dem eigentlichen Renntag fährt. 30 Sekunden, Minute, anderthalb Minuten oder sowas. Man startet in der Reihenfolge der Startnummern. Da kann man beim Startnummern holen auch direkt einfach mal seine Zeit anschauen und sein Training dementsprechend anpassen. Schauen, dass man zwischendrin noch mal was isst, vielleicht auch noch mal schläft. Wie auch immer, man startet in der klassischen Reihenfolge und je nachdem, welches Ergebnis man dann reinfährt, wird man am eigentlichen Renntag mit Leuten zusammen in eine Gruppe gesteckt oder in einen Startblock gesteckt, die ungefähr ähnlich gut sind wie man selber. Das hat den Vorteil, dass man beim Bergauffahren schön miteinander quatschen kann. Wahrscheinlich ist man ungefähr gleich fit und man wird wahrscheinlich auf niemanden aufrollen. Der Prolog, und das ist ganz wichtig, zählt schon in die Gesamtwertung des Rennens hinein. Das heißt, es lohnt sich hier schnell zu fahren. Und ich habe immer so ein bisschen die Philosophie verfolgt, dass ein guter Prolog schon mal einfach eine schöne Vorbereitung für das ganze Rennen ist. Also eine gute Platzierung, ein Prolog gibt einfach einem einen guten Schlaf in der Nacht vorm Rennen. Wenn man es so ein bisschen verbockt hat, dann startet man direkt mit so einem unguten Gefühl rein. Also da ruhig schon mal ein bisschen zeigen, wo der Hammer hängt und dann ab ins Bett. Der Renntag startet am selben Ort wie auch der Prolog. Das heißt, im Eventgelände normalerweise, da wird einmal euer Transponder aktiviert und am Ende begebt ihr euch auch dahin wieder zurück, damit die Zeiten ausgelesen werden können. Das war auch am Prolog so der Fall ganz wichtig. Naja, ihr taucht da auf jeden Fall auf, ihr findet euren Startblock und dann gurkt ihr gemeinsam zur ersten Stage los. Ihr solltet zu dem Zeitpunkt wissen, ob die Transferstrecken zwischen den verschiedenen Stages in einer gewissen Zeit bewältigt werden müssen, weil es verpflichtende Startzeiten an den jeweiligen Stages gibt oder ob ihr euch Zeit lassen könnt und einfach entspannt fahrt. Wenn dem so ist und so ist es bei den allermeisten Hobbyrennen, dann nehmt euch auch die Zeit. Es wird nur bergab gewertet. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, die Weltmeisterschaft bergauf zu gewinnen. Ihr sollt eure Energie wirklich nur bergab verbrauchen. Naja, und dann fahrt ihr einmal da hoch und dann kommt ihr hoffentlich bei der ersten Stage an. Und da sprechen wir jetzt erstmal kurz über den Start, über das Ziel und was es für Vorkommnisse auf der Strecke geben kann. Danach gehen wir so ein kleines bisschen in die Strategie rein. Der Start, das ist meistens eine Art Gatter, also auf zwei Seiten Flatterband. Irgendwo hinten drin hängt ein Sensor und der wird dann eure Zeit am Transponder auslösen. Deswegen ist es auch ganz wichtig, nicht zu nah an den Start ranzugehen. Nicht, dass eure Zeit schon früher auslöst und ihr euch dann damit rumschlagen müsst. Und dann, wenn ihr da oben vor dem Start steht, entspannt ihr euch erstmal ganz kurz. Wahrscheinlich seid ihr ein bisschen geschafft vom Hochfahren. Vielleicht trinkt ihr kurz was, vielleicht esst ihr was. Auch das ganz wichtig über den Tag beibehalten. Am besten macht ihr euch da irgendwie eine Strategie. Auf jedem Appel irgendwie ein Gel oder jedes Mal, wenn ich ins Ziel komme, was trinken, was essen. Darauf wirklich achten, sonst habt ihr einfach keine Energie mehr am Ende. Naja, wenn ihr oben ankommt, kurz entspannen. Und dann stellt ihr euch irgendwann in der Schlange an. Wahrscheinlich wird es eine geben vor der ersten Stage. Und idealerweise wird da ein kompetenter Streckenposten stehen, der euch sagt, wo dürft ihr starten. Weil normalerweise startet man nicht direkt an diesem Gatter, sondern irgendwie ein paar Meter davor. Idealerweise, wie gesagt, ist es geregelt. Hier ist eine Linie, da ist dein Vorderrad. Manchmal sind die Leute ein bisschen verplant. Und diese Linie, an der die Leute starten, wandert immer und immer weiter nach hinten. Das hat den Hintergrund, dass man dadurch einfach schneller durch das Gatter fährt und damit einfach auch schneller im Ziel ist schon mal. Wenn alle anderen immer ein kleines bisschen weiter nach hinten gehen, dann würde ich das mitmachen. Wenn niemand dort steht, dann solltet ihr auch nicht zehn Meter weit wegfahren. Man muss natürlich fair bleiben. Aber es bringt halt auch nichts, direkt am Gatter zu starten, wenn alle anderen das hinten tun. Also da müsst ihr einfach so ein bisschen die Lösung für euch finden. Es geht dann auf jeden Fall in die Stage rein. Wie gesagt, zur Strategie kommen wir gleich. Jetzt besprechen wir erstmal, was da alles passieren kann. Fall Nummer eins. Jemand vor euch ist irgendwie gestürzt und ihr fahrt auf die Person auf. Was machen wir jetzt? Natürlich anhalten. Das ist völlig klar. Wir schauen, wie geht's dem oder derjenigen? Wie können wir helfen? Rufen wir den Notarzt? Und so weiter und so fort. Wenn ihr davor selber nicht fünf Platte Reifen und eine gerissene Kette habt, dann dürft ihr die Stage auf jeden Fall nochmal fahren. Da braucht ihr euch überhaupt gar keine Sorgen machen. Nächster Fall. Ihr fahrt auf jemanden auf, der einfach ein kleines bisschen langsamer ist als ihr. In dem Fall schreit ihr einfach irgendwie kurz Rider oder irgendwas anderes. Die Person vor euch wird es hören und dann hoffentlich irgendwann Platz machen. Ihr solltet nicht irgendwie unsportlich mit Blockpass oder sowas überholen und euch oder die andere Person in Gefahr bringen. Nein, normalerweise kann man da einfach kurz warten und so ein Überholprozess dauert in der Realität auch immer nicht so lange, wie man sich das im Kopf vorstellt. Der andere Fall ist natürlich, dass ihr vielleicht ein bisschen langsamer seid oder einen Sturz hattet und jemand kommt von hinten. Ihr hört es dann irgendwie schreien. In dem Fall gilt es, Ruhe zu bewahren, sich einen guten Ort zu suchen. Natürlich möglichst in den nächsten paar Sekunden und dann fahrt ihr einfach kurz raus, lasst die Person vorbei und dann macht ihr euren Race Run weiter. Irgendwann kommt ihr dann im Ziel an und da erwartet euch ein weiteres Gatter. Da schießt ihr komplett durch. Meistens ist der Sensor am Ende, also nicht irgendwie davor bremsen und dann solltet ihr euch erstmal ein bisschen entfernen, weil auch andere Leute werden da durchschießen und ihr wollt nicht irgendwie umgefahren werden. Jetzt sprechen wir so ein bisschen über die Strategie und da spielt natürlich wahnsinnig viel mit rein und da müsst ihr auch wirklich viel für euch selber lernen. Das Wichtigste für mich ist effizientes Fahren. Normalerweise gibt es mehrere Stages und die haben alle eine Länge von zumindest mehreren Minuten und wenn ihr da wirklich in jede Kurve zu schnell reinhackt, immer wieder rauspedalieren müsst oder andauernd stürzt, dann werdet ihr kein gutes Rennen fahren bzw. zum Ende einfach die Energie hin verlieren. Anderer Fehler kann sein, wirklich jede Inside Line, wirklich jede High Line, wirklich jede Gemüseline mitzunehmen. Zu denen kommen wir gleich, die es irgendwie gibt. Generell Linienwahl auf Enduro-Rennen, haben wir mal ein Video gemacht, das könnt ihr euch auch einfach noch mal anschauen. Ich gehe noch mal ganz kurz in dieses Thema Gemüselines oder French Lines rein. Normalerweise oder idealerweise ist es auf Enduro-Rennen so, dass die Strecke komplett auf beiden Seiten mit zwei Flatterbändern getapet ist. In dem Fall darf man zwischen diesen Flatterbändern alles machen, worauf man Lust hat. Natürlich ist es ziemlich schwierig, gerade wenn man auf einem kleinen Rennen ist, weil es einfach wahnsinnig lange dauert, sowas zu tun. Und deshalb ist es oft so, dass nur eine Seite getapet ist oder nur Streckenteile. Und in dem Fall müssen wir das so ein bisschen interpretieren wie bei einem Skirennen oder sowas. Wenn eine Kurve nach innen links abgesperrt ist, dann darf ich nicht noch weiter davor innen links an diesem Flatterband vorbeifahren. Man muss sich das so als eine Stange oder ein Tor denken. Darüber darf ich machen, was ich will. Auch wenn irgendwo mal eine Serpentine innen nicht abgesteckt ist und ich ein bisschen davor abbiegen kann und mir dadurch drei, vier Meter spare, ja dann mache ich das natürlich. Normalerweise werden die Strecken von Leuten gesteckt, die wissen, wie sowas läuft und die lassen das dann in dem Fall als Bonus für euch über, so dass ihr das finden und Zeit gut machen könnt. Also wirklich kreative Linienwahl wird eigentlich gefordert und gefördert, aber man soll es eben auch nicht zu weit treiben und je nachdem riskiert man da auch eine Strafe, wenn man dann eben gewisse getapete Teile auslässt. Zurück zur Strategie und für mich sind da vor allem zwei Dinge sehr, sehr wichtig, die man beim ersten Rennen gerne mal übersieht. Und das eine ist, besonders im Flachen aus Kurven so hart, wie es irgendwie nur möglich ist, rauszutreten. Gerade so zwei, drei, vier, fünf Meter das Rad wieder auf Speed bringen und dann kann man sich kurz entspannen. Aber sowas bringt einfach unglaublich viel über die Dauer von einem Rennen. Also das empfehle ich euch wirklich. Und das andere ist, man sollte schon auf Action fahren, gar keine Frage, aber wenn man sich mehr als zweimal pro Minute denkt, oh, das war knapp, dann sollte man vielleicht so ein kleines bisschen rausnehmen, weil dann wird es früher oder später im Sturz enden. Und das kostet im Zweifelsfall einfach mehr Zeit. Einen kleinen Punkt gibt es noch zur Strategie und das ist die Möglichkeit, sich die Stage-Zeiten im Internet anzuschauen. Und da muss man sich überlegen, will man es tun oder will man es nicht tun. Gerade bei Rennen von der Firma Sportident, da steht es dann hier einmal auf euren Tracker, Timing, Transponder. Also wenn da Sportident steht, dann könnt ihr normalerweise eigentlich nachschauen, wo ihr gerade im Ranking steht, wie ihr auf den Stages abschneidet. Und ich mache das persönlich ganz gerne. Zum einen, weil ich mittlerweile die Erfahrung habe und weiß, wer normalerweise ähnlich schnell ist wie ich. Und wenn ich da weit von entfernt bin, dann kann ich mir zumindest ein bisschen Gedanken darüber machen, warum ich gerade so langsam bin und was ich vielleicht falsch gemacht habe. Auf der anderen Seite ist es ganz gut, um einfach zu checken, ob euer Timing korrekt abläuft. Also manchmal spinnt da irgendwas rum und man will schließlich am Ende des Tages nicht irgendwie gesagt bekommen, ja, irgendwie auf einer Stage hat was nicht funktioniert oder sowas. Das passiert eigentlich nur in Ausnahmefällen und irgendwelche Daten gibt es immer, aus denen man was rekonstruieren kann. Aber man kann diesem ganzen Stress vorbeugen, wenn man da so ein kleines bisschen nachschaut. Auf der anderen Seite, wenn man sagt, ich fahre einfach mein bestes Rennen, no matter what, dann schaut nicht rein und fahrt das Ding nach Hause. Natürlich kann es auch zu Unglücken kommen auf so einem Rennen. Zum Beispiel kann euer Fahrrad oder ihr kaputt gehen und darüber sprechen wir jetzt noch mal ganz kurz. Was die Reparatur des Fahrrades im Renngeschehen angeht, gibt es zumindest bei höherklassigen Rennen ziemlich klare Regeln. Da darf man zum Beispiel nur einen Rahmen, eine Gabel und einen Laufradsatz verwenden. Das heißt, Reifen dürfte man tauschen, wenn die kaputt gegangen sind, soweit ich weiß. Lenker auch. Rahmen, wie gesagt, nicht. Gehe ich nicht davon aus, dass ihr jetzt einen Ersatzrahmen bei eurem ersten Rennen dabei habt. Aber falls doch oder Laufräder, dann checkt einfach nochmal im Regelwerk, dürft ihr das tauschen oder nicht. Was ist jetzt aber zum Beispiel, wenn ein platter Reifen oder ein Kettenriss auf der Stage passiert? Man kann sich jetzt natürlich dazu entscheiden, das auf der Stage zu reparieren und sagen, okay, die ist mir egal. Ich fahre auf einzelne Stages und nicht auf Gesamtwertung. Dann kann man sich kurz neben ansetzen und das machen. Ich würde aber, glaube ich, immer durchziehen. Bei einem Plattenreifen, wenn man natürlich so ein tubeless Reparierkit dabei habt und geübt ist, dann kann man da auch kurz die Nadel reinjagen und weiter düsen. Vielleicht ist es dann besser, als die nächsten fünf Minuten noch mit den Platten rumzufahren. Aber wenn man bei der Hälfte der Strecke ist oder so, ich würde es einfach immer durchziehen. Normalerweise hat man Inserts drin, dann geht da auch nicht so schnell viel kaputt. Kettenriss immer erst unten machen, notfalls Tretroller oder Rennen. Es wird auf jeden Fall schneller sein. Wenn ihr gestürzt seid und zum Beispiel auf euren Lenker gefallen seid und das Glück habt, einen Karbonlenker zu besitzen, dann checkt den ganz, ganz genau. Weil nicht, dass der euch in der nächsten Stage reißt. Das wäre wirklich sehr ungeschickt. Wenn ihr gestürzt seid, was ja in dem Beispiel gerade so war, dann solltet ihr auch zumindest nochmal einen kleinen Moment innehalten nach der Stage und euch nochmal durchchecken komplett. Oftmals merkt man dem ganzen Adrenalin gar nicht, ob einem etwas weh tut, wie schwer man sich wehgetan hat. Falls ihr euch irgendwie unsicher seid und komisch fühlt, dann geht auch unbedingt zu den Sannis. Die können dann vielleicht einschätzen, ob ihr eine Gehirnerschütterung habt oder nicht. In dem Fall auf gar keinen Fall weiterfahren. Und auf gar keinen Fall solltet ihr auch weiterfahren, wenn sich euer Zustand irgendwie verschlechtert. Lieber direkt ins Krankenhaus und abchecken lassen, als irgendwie durchzuweisen und ins Ziel zu kommen. Und das ist unser letztes Kapitel. Und damit sind wir wieder zurück im Land der guten Laune und am Ende dieses Videos und hoffentlich auch am Ende eures ersten Enduro-Rennens. Jetzt sind noch ein paar Sachen wichtig. Erstens, hier ein Abo dalassen, weil wir begleiten euch natürlich auch weiter in eurer Fahrradkarriere, unterstützen euch dabei. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr eben dieses Abo dalassen. Ein kleiner Gesellschaftsvertrag. Ganz fantastisch. Zweiter Punkt. Einmal im Ziel auschecken, Transponder zurückgeben. Da kriegt man im Zweifelsfall auch ein bisschen Geld zurück. Das ist eine feine Sache. Und drittens, es gehört sich meiner Meinung nach ein kleines bisschen bis zur Sieger- bzw. Siegerinnen-Ehrung da zu bleiben und da ein bisschen zu klatschen. Das hat außerdem den Vorteil, dass man mit den neu gewonnenen Freunden so nochmal ein bisschen reflektieren kann. Wie war das ein Rennen? Oh, wie war es bei dieser Wurzel? Es ist eigentlich der schönste Teil des Tages, muss man sagen. Was ihr auch noch machen solltet, ist jetzt einmal in die Kommentare schreiben, was ich so alles vergessen habe. Ich habe mir nämlich gerade hier ohne Skript einfach 30 Minuten wahrscheinlich von der Seele geredet. Und da war garantiert nicht alles mit dabei. Schreibt also rein, was ihr den Leuten raten würdet, die das erste Mal ein Rennen fahren. Und wenn ihr das erste Mal ein Rennen fahrt, dann schreibt doch einmal drunter, wo das ist und oder wie es gelaufen ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi!